Ja, moin moin Leute, euer Seru hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ihr seht schon, ich sehe ein bisschen anders aus und es hat sich einiges getan. Ich habe mal wieder hier alle Quests gemacht, die ich so gab und habe da diese schönen Klamotten noch bekommen. Die sind echt toll und apropos, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ich nehme euch dafür mal mit, weil da möchte ich jetzt nicht unbedingt eine neue Aufnahme für starten. Gucken, ob der Laden neue Sachen hat. Wo ist er? Nein, Kostümladen hat nichts, aber Mr. Satan ist hier. Hallo Mr. Satan, was ist los? Wir sehen alle ziemlich stark aus, aber im Vergleich zu mir sind alle zweitklassige Helden. Wahre Helden dürfen nicht nur stark sein, sie müssen auch jederzeit bedürftig beistehen können. Wahre Stärke kennt man nur, wenn man sich im Applaus und der Bewunderung der anderen sonnt. Ist klar, willst du noch etwas haben von mir? Hier, ignoriere mich alle, ich warte immer nur auf meinen sauer verdienten Applaus. Wir sind alle so schüchtern, vielleicht sollte ich sie mal ansprechen. Ich vermute mal, er will, dass ich ihm applaudiere. Äh, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwo applaudieren? Applaus. Es ist folgendes verwenden, Mr. Satan. Meine Pose, Mr. Satan, ist ziemlich cool, stimmt's? Du fühlst doch sicher auf, auf Zeichen. Okay, zeigen wir sie mal. Mr. Satan. Wo haben wir sie denn? Mr. Satan. Ja, gut. Äh, der Laden hat keine neuen Gegenstände. Ich sehe schon nirgendwo ist hier ein Fragezeichen. Wenn der Fragezeichen aufploppt, heißt das, die haben neue Sachen. Aber da sind nirgendwo Fragezeichen. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich zuerst die Hauptmission weiterführen. Ich habe natürlich auch neue Fähigkeiten, die werdet ihr im Kampf gleich, äh, kennenlernen. Auf jeden Fall werde ich sie auf euch jetzt nochmal kurz zeigen. Fähigkeiten ändern. So, wir haben tödlicher Tanz. Äh, haben wir ich von C16, glaub ich? Ne, C17. Ne, C18. C18 war das. Jetzt hab ich sie alle durch. Von C18 hab ich das. Ich hab den Todesstrahl von Fisa. Der Galekstrahl hab ich immer noch. Maximale Ladung für KI-Aufladung. Und Körpertausch hab ich, äh, nur mal so als Alternative drinne, hab ich von Ginyu. Und perfekte Kamehameha hab ich von Cell. So, ich hab noch eine 20-fache, äh, äh, wie heißt das nochmal? Warte. Das, das ist, das ist richtig krass, das Ding. Äh, ja, Final Flash und so. Ihr seht schon, ich hab ordentlich gesammelt. Ähm. Halt, das muss, äh, ähm. War das KI-Explosion? Da. 20-facher Kaioken-Kamehameha. Das sind mich 5 ganze Striche von der KI. Aber, ich muss ihm erstmal einen Nahkampf treffen. Und wenn der Typ blockt, was er immer macht. Also ich hab's, ich hab's jetzt mehrfach versucht. Ich hab's 10 Mal versucht und jedes Mal hat entweder einer geblockt oder ich hab ihn nicht getroffen. Äh, ich schlag ihn halt ein bisschen zuerst zusammen und dann mach ich einen Kamehameha. Aber dieses Kamehameha trifft nicht immer. Also von daher ist es recht sinnlos, das Ding dabei zu haben. Äh, und ich hab diese schicke neue Rüstung, hab ich natürlich auch. Die hab ich euch ja am Anfang schon gezeigt, aber die ist wirklich toll. Guckt die euch an. Die passt perfekt zu mir. So. Wir gehen zu Trunks und gucken mal, was jetzt ansteht. Good job out there. Good job out there. Ne, bei der Kapselkorb hab ich das zweite bekommen von Bulma. Das hab ich bei Mr. Satan in seinem komischen Trainingshalle hab ich das bekommen. Als sie seine Mission abgeschlossen haben. Und da hab ich dreimal mit Vegeta trainiert und hab das All bekommen. Davon hab ich jetzt schon zwei Stück. Was auch immer ich damit machen kann. Ich... Wir werden es vielleicht eines Tages herausfinden. Schau, Fähigkeitenliste. Ihr seht schon, ich hab noch nicht wirklich alles, aber ich hab viel. Ausrüstungsliste, ja. Ich hab ziemlich viele Kleider bekommen, die jetzt nicht so wirklich sinnvoll sind für mich. Und deswegen gehen wir weiter. Jetzt aber. Jetzt auf Zeitpatrouille. Ja, sicherlich. Gehen wir mal. Wollen wir mal ein bisschen Spaß haben, ey. Gehen wir mal. Majin Buu. Oh, wer bist du? Ich bin hier, mein Snack zu sein. Du siehst ein bisschen kalt. Dad! Er bloppt ganz schön viel, der Kollege. Ich dachte, es wäre ein einfaches Spiel. Das ist wirklich schlecht. Oh, das ist so. Die Tanks können das nur auf sich selbst gewinnen. Stranger, hör auf. Ich habe ein bisschen Arbeit für dich. Er ist stärker geworden. Die drei sind fast ein Masternum. Kamei, 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 Kamei! Kamei! Jetzt mal kurz alle Angriffe, die ich habe. Das ist der tödliche Tanz. Richtig cool. Auch wenn er an das Bobo keinen Schaden macht. Normalerweise macht er viel Schaden. Oh nein! Meine Fusen rief! W-Was müssen wir tun, Trunks? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen diesen wehrten, um uns zu schützen. Wir brauchen nur noch ein bisschen länger. Geh auf, Kamei. Lass dich in, um dich zu retten. Und du kannst beten, dass du über eine Stunde nach der Seite bist, und du kannst ihn sicher sein. Du wirst sicher sein, dass du den Böö mit dem Kraft, den ich dir gegeben habe. Also versuchst, dass du es ein bisschen verlassen kannst. Okay? Okay. Oh, Kamei! Oh, Kamei! Oh, Kamei! Oh, Kamei! Oh! Das ist einfach stark. Damit ziehe ich einen ganzen Balken ab. Ha, 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 ha! Well done! Eine marvellous Show! Dank noch nicht. Kamei für das Drehen. Du bist mit seine Kraft. Du bist immer noch eineinde. Ja jetzt einfach nicht! Koran war das' not. Du bist ja wirklich ... genau Kon? He, he, he! OAL? Ihr ist Dont die, dein ein Verwimmen. Nein. Ich komme, dich zu töten. Du kannst nicht gewinnen. Du wirst uns bezahlen. Du wirst mir alles bezahlen, was du mir bekommst. Ich werde dich jetzt zu töten. Okay. Ich gehöre mich da mal, Broly. Keine Sorge, Freunde. Aua. Hat weh. Broly ist noch ein Witz gegen mich. Au, au, au. Au, 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 au. Sagte er und wurde verprügelt. Ja, ist gut. Ist gut, Broly. Ist gut. Wir haben es alle verstanden. Du bist legendär und super und Saiyajin. Oh, was hast du denn da versucht? Oof. Ich hoffe, das bedeutet, dass er dieses Mal gut ist. Warte mal. Trunks, was ist das? Mein Vater. Er kann nicht von dir ausgehen. Er kann nicht rausgehen. Die Potara sind nötig. Was? Du hörst dich? Nein. 5 Minuten. Distract Fu. Dann geh versuchen, Vegeta zu helfen. Okay. Stimmt. Er darf ja gar nicht sterben, weil sein... Vater muss da erstmal rauskommen. Ich glaube, ich nehme es. Du hast demonstriert, dass du gehen kannst. Ich habe nur 34 Punkte zu verteilen. Die muss ich auch leider verteilen. Oh Gott. Ich habe schon richtig krass viele Punkte verteilt. Deswegen bin ich auch schon so stark. Janimba? Da kommt Vegeta. Da muss eigentlich noch Goku dazukommen und dann sind sie alle da. Es scheint, dass der einzige Weg aus dieser Hölle ist durch dich. Wenn du eine Beine guckst, hast du einen. Ich hoffe, dass du bereit bist, Kreatur! Hör auf! Hör auf! Nimm mich nicht, wenn du getrachtst, weil du zu nahe sind! Ah! Hahaha! Well done! Ein merkelnsperriger Partner! War mir eine Freude. Hm. Sieht, wie er endlich genug hat. Ich sollte dir bedanken. Und schon war ich weg. Leute, ich zieh sie jetzt alle ab. Ich mach sie jetzt alle platt. Nacheinander. Ah, das Haus der... Okay, jetzt wo... Ja, ist gut. Oh. Welcher Ausbilder will ich denn jetzt... Hä? Ich sehe auf der Karte keinen Ausbilder. Hör auf zu lügen, Spiel. So. Wir werden uns unsere Attribute pusten. Ich brauche ein bisschen mehr maximales KI. Und ich möchte gerne ein bisschen mehr in KI-Explosionseingriff eingehen. Letzten wegen Kami-Hami-H halt, ne? Wir setzen mit einem Punktchen rein und dann den Rest hier rein. Ihr seht schon, ich bin schon krass stark geworden. Du bist wirklich stärker geworden. Dein Training scheint sich auszuzahlen. Ach, was du nicht sagst. Wie läuft es eigentlich mit Sammeln der CP-Medaillen? Wow, du hast wirklich alles gegeben. Wunderbar. Für die werde ich eine gute Verwendung finden. Hä? Damit könnte ich mir das Buch besorgen, das ich im Auge habe. Das mit dem und dem. Oh, du kleiner Schlawiner. Das sind meine Punkte. Guck mir die so an. Ich kann die ausgeben, für was ich will. Okay, okay. Ich gebe sie zurück. Aber denk dran. Du nimmst einem alten Mann seinen Spaß. Hm. Ich denke, wir zählen all auf dich. Gut. Das kannst du auch haben. Das ist aus meinem speziellen Vorrat. Also verschwende es nicht. Ich muss wieder anfangen zu sparen. Ja, ich hatte schon 44, aber jetzt habe ich 47. Danke. Was ist das? Mira und Taurer, äh, Taurer. Mira und Taurer, äh, scheint als wäre es mit den, mit der Ruhe auf absehbare Zeit vorbei. Allerdings bist du auch ein ernstzunehmender Gegner. Ich glaube, du wirst ihre Plätze zunichte machen. Ja, klar gehen wir euch auf die Zeitpatrouille. Wir geben es denen richtig hin. Ah, ich mache das schon. Es ist tatsächlich die letzte, ähm, Ja, die letzte, wie heißt das nochmal? Saga. Buu ist die letzte Saga von Dragon Ball Z. Danach geht es mit Dragon Ball GT weiter und dann Dragon Ball Super. Hallo. Tatsächlich, der letzte Kampf gegen Buu ist das schon. Oh Gott, der hat so viel krasses Leben. Listen, wenn du hier bist, das bedeutet, dass du bereitst, um zu kämpfen. Wir brauchen Zeit. Gib mir eine Hand. Und dann geht das mit seguro. Oh Gott. Leute der Erde, hört mich an. Es gibt eine Krieg, die fighten Ma Jin Buu, in diesem Moment. Aber wir brauchen eure Hilfe. Allein, das ist für uns, um die Macht deiner Macht zu beantworten. Allein, bitte! Ich brauche, Sie haben so viel Energie mit mir mit GNU. Was rief? Ich bin doch hier nicht alleine am kämpfen. Ich hab keinen Ausdauer mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin so gut wie tot. Hilfe! Ich muss fliegen. Ich hab keinen Ausdauer. Ich hab gar nichts. Nein! Einige Scheiße. Okay, mein Freund. Hey, wir brauchen viel mehr, wenn wir einen Boo-Bewer-Bewer-Bewer-Bewer-Bewer-Bewer. Ich weiß das. Das Problem ist, dass niemand mich für ein paar Gründe vertraut. Das sind unsere Dinge. Hör auf und helfe! Warum? Warum nicht jeder hört? Oh, es hat gesessen. Heilige Scheiße, Vegeta! Lass mich doch nicht alleine! Der hört nicht auf! Ich krieg ihn nicht geschlagen, ey. Na endlich! Du Sack! Oh Gott, ich hab wieder keine Ausdauer. Ich bin so gut wie tot, ey. Ich bin so gut wie tot. Alter! Ich hoffe, dass du sicher bist. Alter Schwede! Entschuldigung. Es ist... Ich habe jetzt 5 Stunden lang nur durchgehend trainiert. Und gespielt. Und ich schwör's euch, Freunde. Nicht einer hatte irgendwie eine geringste Chance gegen mich. Gut, es war schon knapp und so, aber ich hab nicht einmal verloren. Ich hab noch nie mit dir. Oh Scheiße, wie geht das mit Tod, ey? Oh Scheiße, das war falsch. Hör auf und helf! Warum? Warum ist nicht alle so? Nein, nein, nein! Scheiße, Scheiße! Scheiße. Jetzt mach doch endlich! Feuer das verdammte Kamehameha, äh das Genki-Dama. Heilige Scheiße. Geh weg, geh weg! Let's go! Take this! Ich hoffe, du bist jemandem gut geworden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Alter. Oh, was für ein krasser Kumpf. Hohoho, ich hoffe, du wirst das aufhalten. 3 4 Mach dir die Zukunft zu eigen.